So Freunde, Cindy C hat mal wieder eine neue Folge hochgeladen. Ich bin ultra, ultra gespannt drauf. Bis jetzt alle Videos sensationell lustig, extrem geil einfach. Und jetzt haben wir hier heute was ganz Spezielles. Cindy C, Folge 9, Among Us mit Deutschrappern. Über sieben Minuten geht das Ganze. Krass, wie viel er momentan raus hat und was er für eine Arbeit in diesem Video steckt, Digga. Unfassbar. Ich habe ja die Videos von ihm schon vor mehreren Wochen entdeckt und gesagt, der Kanal knackt dieses Jahr safe, 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 die 100.000. Und nächstes Jahr hat er vielleicht sogar die Millionen erreicht. Also was er für eine Arbeit da reinsteckt, unnormal, krass. Und die Videos sind einfach genial. Und deswegen habe ich jetzt auch einfach mega Bock, mir das reinzuziehen, Freunde. Ich würde sagen, gar nicht mehr lange um den heißen Brei herumlabern. Let's do this. Die Inhalte von Cindy C sind Satire und dienen der Gesellschaftskritik. Alle Figuren und Ereignisse in diesem Video sind fiktiv. Die Inhalte von Shabab sind Satire und dienen der Gesellschaftskritik. Alle Figuren und Ereignisse in diesem Video sind fiktiv. Lol, er hat einfach das von Mois rausgeschnitten. Ich glaube, Mois hat das ja auch in irgendeinem Video davon gesehen. Wild. Sehr nice. Ja, das ist die Standard-Amongas-Map, sag ich jetzt mal, die man kennt. Hier, der Reaktor. Er hat länger nicht in Mois gespielt, alter. Die Engines. Geil. Krass gut. Sieht sehr, sehr nice aus. There's one imposter among us. Wer ist denn das dabei? Wir haben hier PA Sports natürlich, ne, mit Ich fahre in eine City ohne Grund. Capital Bra mit Lelele. Mois mit Bubu, natürlich den Gottvater. Manu Elsen mit Kaffee full. Köfte Spießratta. Nutte SSIO. Dann Shirin David mit Gipim und Flair mit Patrick-T-Shirt. Ich bin Patrick. Einfach Patrick, alter. Das ist so geil. Sehr nice. Ja, und der Pinguin ist natürlich auch am Starten. Ja, und der Pinguin ist natürlich auch am Starten. Alter, natürlich nimmt er bei Flair hier die Karotte, um ihm Angst zu machen. Und dann kommt auch dieser wunderschöne Schrei von Patrick, wo die auf dem Schiff des fliegenden Holländers sind. Genial. Flair ist die erste Tote und ab in den Vent. Alter, und dann Anni muss hier schlafend im Sessel, Digga. Ey, Junge. So, wir machen einen Talk. Investigations, Motherfucker. Ey, wie gut das ist, ne? Wer macht Auge? Das ist erstens eine Lüge. Ihr wisst, ich äußere mich so gut wie nie. Das hier ist aber ein Vorruf, Bro. Der ist so wack. Erstens, do your research, bevor du über mich judgst, weil, Bro, sonst stichst du einfach peinlich da. Wallah, ich lüge nicht. Es soll nicht behindert klingen, aber wirklich, wenn du nicht weißt, dann rede nicht. Do your research. Ich rede die Wahrheit. I don't give a fuck. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse, du Fotze. Ich schwör's dir, boah, wie du mich aufregst, Alter. Diese kleine Kahba, diese kleine Kahba. Ich weiß nicht, wer ihr Vater ist, dass sie versucht, aus mir eine Maschara zu machen. Lass mich dich ihre Mutter ficken. Amen, Nachwin. Ich schrie. Am besten gehst du weg. Das ist so panne, das ist so krass. Das ist auch so gut gemacht, einfach. Es ist so ein Entertainment, einfach pervers gut. SSO bleibt einfach stehen. Dieses Bild. Sowas macht man nicht. Das nervt einfach. Kennt ihr das, wenn ihr so geil seid und euch an einem Tag zwei bis drei Mal einwichst und dann die Eier so klein sind wie Smarties und beim dritten Mal wichsen rutscht euch das Ei hoch in die Schamhaare und dann müsst ihr das wieder runterflitschen. Kennt ihr das? Notte! Digga, ist das schön einfach, ey. Junge, die Karte. Ich hasse sie. Ich hasse sie so sehr. Und nochmal. Ich fick seine Mutter, der das gemacht hat. Warum klopft ihr doch auf rum? Was ist los mit dem Typen, Mann? Digga, anders wild, wirklich. Ein electrical, oh, 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 gefährlich. Wie der P.A. hinter ihm. Was machst du hier, Ollen? Was machst du hier? Ja, geh mal weg, ja. Wallah, bitte, geh mal weg, ja. PANNIT! Alter, ey. Amenaro im Land, was hast du gemacht? Juckt das wirklich? Ich bin auf jeden Fall ein Schmeckkriminell. Der hat nicht ein Wort geredet. Schweigen ist Gold, Mann. Sag, dieser Schwanz hat nicht ein Wort geredet, Mann. Du hast doch einen geistigen Schaden, Alter. Der hat kein Wort geredet. Schweigen ist Gold. Alter, das ist so geil, ne? Der Schwanz hat nicht ein Wort geredet, Mann. Du hast doch einen geistigen Schaden, Alter. Und mir werden hier Sachen vorgeworfen. Leute haben sich zusammengetan. In einer Vereinigung. Um gegen mich zu agieren. Der Spieß wird hier umgedreht. Und das lasse ich nicht so stehen. Es wird mir vorgeworfen. Ich würde hier Sachen faken. Dabei weiß ich, das ganze Ding ist von dir eingefädelt. Spießumdreherei läuft nicht. Nur damit du Bescheid weißt. Okay? Was soll das denn? Ich trage Mantel, mein Freund. Und damit beende ich dieses Gespräch. Ich trage Mantel. Ich trage Mantel. Sir, verfickt er ernst? Und die schmeißen PA raus, weil ich da Mantel trinke. Alter. Ein Köfte spieß erst mal. Mit gar keinen Reden auch und so. Das war klar, Junge. Was der noch rein muss. Alter. Er war's. Nein, ja, dicker. Aber es ist auch Playboy, guck mal. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Kennst du den? Ich kenne ihn schon lange. Ich kenne ihn schon. Wo ich von Schule gekommen bin, noch früher mit Miri. Und wir haben FIFA gespielt, sozusagen. Man kannte sie schon so. For the sake of the fitna. Osama Bin Laden. Er war's. Wallahi, Azim, you are gay. Wallahi, you are gay. Wallahi, you are gay. What the fuck, Alter? What the fuck? Ihr Huren-Söhne, ich fick eure Mütter. Alle, wie ihr da seid. Jeder, der... Und das schmeißt die Manuel. Hammer, Hammer, Alter. Ich hab mich blamiert. Wallahi, ich hab mich blamiert. Ich werde ein Bild von meinen Eiern posten. Ich schwöre. Ace in DC, Digger. Nächstes Jahr eine Million Abos. 100 pro. Die Videos sind so unterhaltsam, so gut, dass... Die Arbeit, die da drinsteckt, einfach nur Props, Alter. Lasst dem jungen Abo da und Comments und Likes, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Alter. Mega, mega nice. Sehr, sehr cool. Ich bedanke mich vielmals für euch fürs Zuschauen, Alter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag. Bis dann. Macht's gut, heute rein. Bleibt vor allem gesund. Und ciao.